Wenn man mit dem Reiten beginnt, wird oft das Beste mit einem Pony gesetzt. Also ich wollte damit sagen, wenn man damit anfängt, dann wird es selber ein Pony gesetzt. Das muss ich auch umarbeiten. Wir sind sehr gutmütig und vor allem auch für kleine Reiter, wenn man mit dem Reiten groß wird. Klar, ne? Nun, denn Aaron, das Klötenpony, ist so ein Pferd, das an Bino ist weniger als Josefine. Das ist lieb, nett und putzig, aber auch hinterlässig, egozentrisch und verlobt. Du hast mich schon vorbereitet. Der demokratische Wandel ist eine große Herausforderung. Du kannst es mal selber leben. Mach doch einfach mal dein Buch in den Grund. Für unsere Sozialsysteme, für unsere Wettbewerbsfähigkeit, für das Verhältnis zwischen den Generationen und damit für den Zusammenhalt unserer Gesellschaft. Das ist zwar nicht die alleinige Ursache vieler Probleme, aber sie schärft sie enorm. Findest du immer noch, dass du das richtig geschrieben hast? Ja, ja, ja. Okay, dann les ich weiter. Das ist jetzt die Kusspause, ja. Spätestens jetzt merkt man deutlich, dass du in die... Das ist jetzt die Kusspause, ja.